Das Thema ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden, auch vom Ralf, kurz in seinen Ausführungen, eben gerade wieder von der Gute. Ich möchte eigentlich nur auf eine Veranstaltung hinweisen, die der DGB-Kreisarbeit Ehrer am Montag, den 15.10. am 18.00 Uhr im Bürgertreff im Steinweg halten wird. Mit der Überschrift, reicht die Rente noch zum Leben. Der Grund ist, wer nach 35 Berufsjahren mit 200.000 Euro Gehalt 2030 in Rente geht, erhält irgendwie eine Rente in Höhe der Grundsicherung. Das ist eigentlich ein trauriger Akt und Fakt und lässt einen dem Optimismus doch ein bisschen abhanden kommen. Wir wollen darüber diskutieren, wo liegen die Ursachen der sinken Renten, wer hat die Rentenreformen beschlossen, wie wirken sie sich aus. Wir wollen aber auch darauf eingehen, was andere Bürger dagegen tut, hilft private Vorsorge, muss es der Riester-Vertrag sein oder irgend so etwas anderes. Und wir wollen natürlich auch auf politische Alternativen hinweisen, nämlich wie es auch in unseren Papieren zu finden ist. Unter anderem die Forderung im Rücknahme dieser unsäglichen Rentenkürzungsfaktoren, wie Riefstofffaktor, Nachhaltigkeitsfaktor etc. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wenn man sich mit der Materie befasst, dann kann man schon zum Heulen werden. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel festmachen. Unter anderem wird ja die Rente ausgezahlt nach dem geschätzten Lebensalter. Also so alt sind wir im Durchschnitt alle werden. Das wirkt sich auch auf die Rentenbeträge aus. Man nimmt aber, wenn man diese Zahl ermittelt, die Gesamtbevölkerung, also auch die Beamten, auch die Besser-Situierten etc. Peng, Peng. Und die werden nachwiegendermaßen fünf Jahre älter, wie auf Deutsch gesagt, die armen Schweine, die in der Grundsicherung umleben, die mit Hartz IV bestraft sind etc. Da hat man einen schönen Trick, wie man nämlich die Rente kürzen kann. Es gibt noch weitere fiese Tricks. Und wie bösartig die Rentenkürzungen sind, kann man ja auch in den letzten Jahren an den Rentenanpassungen mitbekommen. Also es waren Nullrunden dabei. Man müsste zum Beispiel den Nachhaltigkeitsfaktor schon zweimal aussetzen, weil es sonst hätte Rentekürzungen geben müssen. Und das alles beschließt eine Bundesregierung oder haben sie geschlossen. Und jetzt, da bald der Wahlkampf losgeht, hören wir ja wieder mal unsere Mutti von der Rhein gelassen mit ihrer sogenannten Zuschussrente. Ich kann das schon jetzt versprechen, die trifft vielleicht für 20.000 bis 30.000 Menschen insgesamt. Und das ist irgendwie zu. Man hört, dass die SPD schon als Rückruf dort wieder ein neues Rentenkonzept vorschlägt. Aber alles, was wir hören, ist nur herumdoktern im System. Wir müssen bei unserer Forderung bleiben. Rücknahme der Rentenkürzungsfaktoren und das möglichst schnell. Die Rente muss zum Leben reichen, genauso wie es ein Mindesthöhnen geben muss, genauso wie es ein Grundeinkommen geben sollte, beziehungsweise eine Grundsicherung in soziokultureller Höhe. Und nicht dieses abscheuliche Hartz-IV-Gesetz. Damit werden wir uns allerdings auch weiter befassen. Weil was wir aus dem Hartz-IV-Gesetz geben, auf jeden Fall raus muss, weil es trifft auch sämtliche Arbeitnehmer. Das ist nämlich, ich sag mal, der Missbrauch des Gesetzes in Form von Sanktionen. Ihr kennt das Thema vielleicht. Wir haben festgestellt, dass sich die Sanktionshäufigkeit wieder steigert. Und das angewandt waren eigentlich bei null den wichtigen Sachen. Also das ist das Gleiche, was wir letztes Jahr runtergekommen ist. Da wurde jemand im Hartz-IV-Satz gekürzt, nur weil er zum Vorstellungsgespräch sein Lebenslauf nicht mithatte. Also das ist abstrus unter aller Sau. Daran müssen wir arbeiten. Ich danke für die Anwesenheit. Vielen Dank.